Hallo Leute, ihr seid lesbisch, schwul, bisexuell oder transident, ihr seid genau richtig, wie ihr seid. Das ist noch nicht in den Köpfen aller Heteros angekommen, aber es wird besser. Ich kann euch nur sagen, ich habe das Gesetz zur eingetragenen Partnerschaft verhandelt. Mein Name ist Gabi Heinisch-Hossek, ich bin Frauenministerin. Ich will aber die Öffnung zur Ehe für eure Community. Da haben wir noch einiges zu tun. Euch möchte ich noch auf den Weg mitgeben, wenn ihr vor dem Outing steht. Es gibt genug Beratungseinrichtungen, es gibt genug Personen, denen ihr vertrauen könnt. Fresst es nicht in euch hinein, lasst es heraus, ihr seid genau richtig, wie ihr seid.